Musik Musik Und es kommt sich meine Seele in das Wunder vor hinein Jeder zittert um sein Leben, wer wird wohl der Nächste sein? Hallo! Hallo! Ich teilhaben ließ. Er entdeckte einige winzige Spuren, die der Polizei entgangen waren. Sie führten ins Moor. Nichts zu sehen. Du musst dir jemanden gefunden. Hast du jemanden, darf ich sagen? Ein seltsamer Mann kommt ja als Täter in Frage. Standort, deine Waffe. Kein Leib will ich dir zufinden. Nee? Dann muss ich mich wohl getäuscht haben. Ein seltsames Gesicht, du machst, ey. Er hat eine hohe, gewölbte Stirn und seine Augen liegen in tiefen Höhen ausgezeichnete Ohren. Siehst du altig aus, kleine Maun? Hä? Achso, ja. Ja, ja. Was er tat. Jedis habe ich ja angebildet 800 Jahre lang. Zutiefst verpflichtet fühlen muss er gegen sich. Muss er viel sein von tiefstem Ernst? Natürlich. Doch frage ich mich. Warum bist du hier? Der Ort von Bastardy. In letzter Zeit, da reizen mich die Probleme, die die Natur uns stellt, mehr als die oberflächlicheren. Für die der wieder natürliche Zustand unserer Gesellschaftsordnung verantwortlich ist. Fühle, wie die Nacht fließt. Durch die Nacht. Den wirst du sehen, fremde Orte. Die Zukunft, die Vergangenheit. Alte Freunde längst entschwunden. Du wirst Angst haben. Du wirst Angst haben. Ja, ja. Meine Gedanken sind im Auge nicht allzu erfreulich. Dir helfen, das kann ich, ja. Hm. Hm. Doch, doch, doch. Aber jetzt geht ihr essen erst. Willkommen. 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 Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet.